Bei dieser Ausstellung haben wir das Glück, dass wir aus einer Fülle von zeichnerischen Entwurfsmaterial auswählen können. Und zwar hat das Mag nach dem Tod Moses aus dessen Nachlass ungefähr 2500 Zeichnungen erwerben können. Und anhand dieses Bestandes können wir wirklich den künstlerischen Entwurfsprozess nachvollziehen. Und vor allem in einem Aspekt, den wir in der Ausstellung zum ersten Mal genauer bearbeiten oder behandeln, ist es die Entwicklung des modernen Ornaments. Er zeichnet die Pflanze ab, zerlegt sie dann in ihre Einzelteile und setzt diese Einzelteile dann wieder zusammen zu einem neuen Ornament, etwas abstrahiert. Wenn wir uns zum Beispiel dieses Blatt hier ansehen, ganz naturalistisch eine Blüte und dann die einzelnen Elemente der Blütenblätter oder der Blätter in die Fläche gedrückt, in dieser Schwarz-Weiß-Zeichnung. Und wenn wir uns das anschauen, wie das weitergeführt wird, zu einem völlig neuen kurvilinearen internationalen Jugendstil-Ornament. Und schließlich dann der nächste Schritt wäre, das Ganze in die geometrische Abstraktion zu führen, wie hier zum Beispiel. Wird dann das ganze, dieses vegetabile Ornament, das neu zusammengesetzt ist, langsam in die Abstraktion geführt, bis es nur mehr aus geometrischen Formen besteht.